München sehen und erleben. Ihre Spezialisten der Augenklinik Theresienhöhe wünschen gute Unterhaltung. Das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Stadtgespräch. Das Stadtgespräch der letzten Wochen und Monate war nicht nur in München, in ganz Deutschland natürlich das Thema der Flüchtlinge, die jetzt in unser Land geströmt sind. Und hier bei uns in München kommen die meisten von den Flüchtlingen an. Und deshalb war bei uns natürlich die Diskussion besonders heftig und besonders intensiv. Und das Thema ist natürlich noch virulent. Das heißt, das Thema ist natürlich noch da. Heute habe ich zwei Fachfrauen bei mir im Studio, die sich mit diesem Thema intensivst gekümmert haben und nach wie vor kümmern. Das ist zum einen von der Bayerischen Staatsregierung Emilia Müller. Herzlich willkommen unsere Sozialministerin. Guten Abend. Und die Bürgermeisterin aus München Christine Strobl. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ich muss an Sie, Frau Müller, die erste Frage stellen, weil es geht immer um die Willkommenskultur. Und da heißt es, dass die Willkommenskultur in München, in Bayern angeprangert wird. Und da wäre jetzt meine Frage, warum glauben Sie, dass diese Willkommenskultur angeprangert wird? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Unsere Zielsetzung in der Politik ist es, dass wir verantwortungsbewusst Asylpolitik betreiben, dass wir Menschen, die auf der Flucht sind, die ein ganz schweres Schicksal hinter sich haben, die aus Kriegsgebieten kommen, zum Beispiel die Gewalt erlebt haben und die einen langen Weg hinter sich haben, dass wir die menschlich unterbringen. Und das tun wir auch. Und das ist unsere große Zielsetzung. Ist das anfangs immer so wahrgenommen worden, Frau Strobl? Nein. Also ich denke, da gibt es natürlich schon bestimmte Weichenstellungen. Wir haben schon länger darauf hingewiesen gehabt, dass wir gesagt haben, wir brauchen in Bayern eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt nach wie vor dieses Thema Gemeinschaftsunterkünfte in Bayern für Flüchtlinge, für Asylbewerber. Also da gibt es eine Reihe von Dingen. Es hat sich allerdings auch einiges geändert. Das muss man auch dazu sagen. Da hat sich gerade im letzten Jahr einiges bewegt. Aber dann kam natürlich auch die zugespitzte Situation in der Bayernkaserne, was vor allen Dingen natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle gespielt hat. Und da kann man nun bei den Zuständen, die zeitweilig dort herrschten, nicht unbedingt von Willkommenskultur sprechen. Wie ist da Ihre Reaktion drauf? Also meine Reaktion ist ganz klar, der Freistaat Bayern hat beschlossen, dass wir in jedem Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung in Betrieb nehmen. Daran arbeiten wir. Die erste Übergangs-Erstaufnahmeeinrichtung wird am 15.12. offiziell auch eröffnet. Das ist in Regensburg. Dann kommt Deckendorf am 2. Januar. Und in allen anderen Regierungsbezirken haben wir jetzt sogenannte Not-Erstaufnahmeeinrichtungen, damit wir auch die Situation hier in München entlasten können. Und die Bayernkaserne, da waren wir uns alle einig, Frau Strobl, dass wir niemanden mehr in die Bayernkaserne geben wollen, weil die Bayernkaserne überfüllt war. Und heute können wir sagen, dass die Situation sich entschärft hat und verbessert hat. Wir liegen jetzt bei der Belegung unter 1.000 Asylbewerber. Wir hatten da 2.400 in unseren Höchstzeiten auch in der Bayernkaserne. Und ich kann nur sagen, wir versuchen jetzt auch strukturell vieles zu verändern. Wir beschleunigen die Verfahren zum Beispiel. Wir haben eine andere medizinische Untersuchung, die dreigeteilt ist. Am Anfang gleich ein Screening, damit wir wissen, was haben die Leute denn. Haben sie zum Beispiel Fieber? Haben sie eine Schussverletzung oder haben sie eine ansteckende Krankheit? Danach gibt es das sogenannte Easy-Verfahren, das Registrierungsverfahren. Und haben die Ministerpräsidenten auf Bundesebene erreicht, dass dieses Verfahren auch am Wochenende jetzt bearbeitet werden kann und dass wir am Wochenende ins System einspeisen können. Das entlastet unter anderem auch die Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir müssten gleich mal darüber reden, was eigentlich passiert, wenn ein Flüchtling hier in München am Hauptbahnhof ankommt, dass man einfach nochmal den Ablauf sich anguckt, wie er dann heute ist. Wenn wir noch einmal zurückschauen, Frau Strobl, haben Sie das auch so wahrgenommen, dass Sie sich mit der Staatsregierung immer einig waren, dass die Bayernkaserne geschlossen werden muss? Ich glaube, es wäre nicht so schnell gegangen, wenn der Oberbürgermeister nicht gesagt hätte, so jetzt ist tatsächlich definitiv Schluss. Er war ja selber vor Ort und hat die Zustände dort gesehen. Das hat sich halt extrem zugespitzt gehabt. Und wir haben ja auch in vielen Bereichen jetzt Amtshilfe geleistet für die Regierung von Oberbayern, auch für den Freistaat. Das arbeiten immer noch, zumindest war das meine Information gestern, 50 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir sozusagen abgeordert haben in der Bayernkaserne, um dort unterstützend tätig zu werden. Weil uns geht es ja auch darum, dass die Abläufe tatsächlich verbessert werden. Das Gleiche gilt für die gesundheitliche Untersuchung. Ich glaube aber, dass alle Verwaltungseinheiten viel gelernt haben jetzt auch und dass da natürlich hoffentlich sich auch für die Zukunft entsprechende positive Strukturen ergeben. Aber ich bin nach wie vor überzeugt davon, wenn der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter nicht gesagt hätte, jetzt ist aber definitiv Ende, dann wäre auch die Weiterverteilung in andere Regierungsbezirke nicht in der Form oder vielleicht in der Schnelligkeit erfolgt, wie es jetzt dann tatsächlich passiert ist. Also ich glaube, dass man Schulzuweisung ist eigentlich der falsche Weg. Nein, ich kann jetzt einfach nur sagen, wir sind uns schon bewusst, dass wir verantwortungsvoll umgehen müssen, auch mit Menschen, die es nicht so einfach haben und die bei uns Schutz und Bleibe suchen. Wir haben eine zweite Erstaufnahmeanrichtung in Zierndorf und wir hatten ein riesiges Problem, als im Sommer zum Beispiel eine Masernepidemie ausgebrochen ist in der Bayernkaserne. Da war die Bayernkaserne auch geschlossen. Da mussten wir alle Asylbewerber zum Beispiel nach Zierndorf schicken. In Zierndorf wurden die Leute registriert und sie wurden dann auch weitergeleitet in andere Bundesländer, was eine gewaltige Herausforderung auch für Zierndorf war, wo wir vorübergehend Zelte aufbauen mussten, weil wir keine weiteren Erstaufnahmeanrichtungen hatten. Und deshalb ist das zentrale Problem und die zentrale Herausforderung, weitere Erstaufnahmeanrichtungen zu schaffen und natürlich auch die Anschlussunterbringung zu gewährleisten. Wenn wir hier nochmal in München überlegen, was Frau Strobl da gesagt hat, dass der Oberbürgermeister Dieter Reiter quasi die Bayernkaserne geschlossen hat. Nach ihrer Ansicht durfte der das eigentlich? Also hatte der da überhaupt die Berechtigung dazu? Denn das lief ja eigentlich unter ihrer Verantwortung. Also das ist hier nicht die Frage. Die Frage war, dass wir uns darauf verständigt haben, gemeinsam, dass wir die Bayernkaserne nicht mehr bestücken mit Asylbewerbern, sondern dass wir die Bayernkaserne entlasten wollen und dass wir die Kapazitäten zurückfahren wollen. Wir wollen, dass das da überschaubar ist und das ist uns jetzt gelungen. Wir konnten also zum Beispiel auch aufholen, was die medizinische Untersuchung anbelangt. Da ist ebenfalls das Personal aufgestockt worden, hat die Stadt auch noch zusätzlich was getan, um das Ganze auch zu beschleunigen. Da bin ich der Stadt auch sehr dankbar, weil das war auch ein Engpass. Genauso wie die Registrierung ein Engpass war. Es haben viele Faktoren zusammengewirkt und dann ist eben diese Situation auch passiert. Gleichzeitig muss man sagen, dass damals auch Anfang Oktober, wo der Feiertag noch war, der 3. Oktober, da kamen an diesem Wochenende ungefähr 800 Leute in der Bayernkaserne an und wir konnten nicht registrieren, weil das Verfahren offline war und wir die Leute ganz einfach nicht weiterleiten konnten in andere Bundesländer. Das hat ebenfalls noch zu einem riesigen Engpass geführt. Aber ich möchte sagen, das ist, hoffe ich, Vergangenheit. Wir schauen nach vorne, wir wollen kleinere Einheiten haben und nicht mehr derart große Einheiten, wie die Bayernkaserne das war. Wir wollen dezentral auch gehen und das ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz. Ja, nur, dass man es versteht. Also wenn wir jetzt nach vorne gucken, wer entscheidet, dass die Bayernkaserne wieder aufgemacht wird? Also eigentlich rechtlich darf das der Münchner Oberbürgermeister ja nicht. Aber wer, Ihrer Meinung nach, wer entscheidet das? Schauen Sie, wir arbeiten so gut zusammen, dass wir auch gemeinsam entscheiden werden, ob wir jetzt in der Bayernkaserne weitermachen, mit neuen Strukturen, mit neuen Verfahren, mit neuer Besetzung, als das bisher der Fall war. Und wir schauen uns gemeinsam auch die Situation vor Ort an und werden darüber entscheiden. Also es wird eine gemeinsame Entscheidung dann sein von Land und Stadt. Frau Strobl, hier war natürlich in München auch immer so die Überlegung, gerade bei den Anwohnern der Bayernkaserne. Was passiert da eigentlich? Und Sie haben ja dann ein Bürgerforum bzw. eine Bürgerversammlung dann abgehalten, haben sich allerdings entschuldigt, dass das also so spät erst kommt. Wie würden Sie es anders machen in Zukunft? Also wir machen es jetzt schon anders. Wir haben jetzt in Perlach gestern Abend zum Beispiel eine Anwohnerversammlung gehabt. Also wir nennen es Informationsveranstaltungen, so eine Art Bürgerversammlung, wo wir dann einen bestimmten Kreis, der in dem Bereich wohnt, einladen dazu, wo die Leute Fragen stellen können, wo dann entsprechend die Stadt vertreten ist, die Regierung von Oberbayern, wo die entsprechenden Verwaltungsstellen vertreten sind und wo man dann wirklich auch ganz gezielt nachfragen kann. Und diese Veranstaltungen haben wir zum Beispiel auch vor der Bayernkaserne schon in der McGraw-Kaserne gemacht, sind immer sehr, sehr gut besucht. Es werden viele Fragen gestellt zu allen möglichen Bereichen, das ist ganz klar. Die Leute haben auch unterschiedliche Fragestellungen natürlich, teilweise auch Probleme, wo sie sagen, was passiert da eigentlich? Wie viele Leute kommen noch? Wird die Einrichtung vielleicht noch größer? Und, und, und. Und wir versuchen das natürlich dann auch kompetent zu beantworten. Und wir haben mittlerweile auch bei der Stadt eine Homepage, die ich wirklich nur allen empfehlen kann, ist aber münchen.de zu erreichen, wo wirklich alle Fragen, die man sich vorstellen kann, beantwortet werden. Wo kommen die Flüchtlinge her? Wie ist der Ablauf der Verfahren? Und so weiter. Also wenn man interessiert ist oder auch helfen möchte, kann man sich dort gut informieren und wird wirklich dann umfassend informiert und entsprechend weitergeleitet. Würden Sie beide sagen, Sie haben jetzt gelernt von dem, was da passiert ist? Weil, ich meine, es ist eine relativ ungewohnte Situation gewesen, dass hier im Tagestakt zwischen zwei und 800 Flüchtlinge ankommen in der Stadt. Und im Moment die letzten Informationen, die ich bekommen habe, sind, dass es so täglich 200 Flüchtlinge sind, die hier ankommen. Das reißt ja jetzt nicht ab. Also sind Sie gewappnet für das, was da kommen könnte? Und was erwarten Sie? Was wird da in der Staatskanzlei diskutiert? Erwartet man 1000 am Tag? 2000 am Tag? Was glauben Sie, was kann da passieren? Also wir haben aus der Situation natürlich dazugelernt. Und Sie dürfen mir abnehmen, dass ich als Sozialministerin eine derartige Situation nicht wiederhaben möchte. Das geht der Stadt übrigens genauso. Und wir haben auch gelernt, dass es Schnittstellen gibt bei der Registrierung, bei der medizinischen Untersuchung. Das alles wollen wir verbessern und verändern. Und wir wollen die Beschleunigung der Verfahren haben, aber auch die Verbesserung der medizinischen Untersuchung. Darum fangen wir mit einem Screening an. Dann kommt die normale Untersuchung, was mit Röntgen zu tun hat. Und dann gibt es natürlich jetzt auch in Zukunft medizinische Stützpunkte für die Asylbewerber, die in einer derartigen Einrichtung sind. Und das halte ich für sehr zielführend. Aber man muss sich ja auch Gedanken darüber machen, wie viele Menschen überhaupt erwartet werden. Also Sie können medizinische Voruntersuchungen planen für 200, für 600. Also haben Sie eine Vorstellung, was da auf uns zukommen könnte? Also ich sage Ihnen, dass wenn Sie sich mal die politische Situation anschauen weltweit, dann haben wir enorme Flüchtlingsströme und viele Krisenherde, wo wir fast keine Prognosen machen können, was im nächsten Jahr passiert. Dennoch müssen wir uns vorbereiten, dass der Zustrom nicht weniger wird, sondern dass der Zustrom eher noch größer wird. Und infolgedessen haben wir uns jetzt im Winter auch schon vorbereitet auf einen sogenannten Winternotfallplan, wo alle Landkreise auch gemeldet haben, 200 bis 300 Plätze, die sie identifiziert haben, wo wir im Notfall Asylbewerber auch unterbringen können. Wenn zum Beispiel am Bahnhof in München 1.000 Asylbewerber ankommen bei klirrender Kälte, dann brauchen wir ganz einfach Schutz und Unterkunft. Und dafür haben wir den Plan aufgestellt. Ja, Frau Stobel, es ist ja bewundernswert, wie groß die Hilfsbereitschaft auch unter den Münchnern ist. Da hat sich ja sehr viel getan und da merkt man, dass da eine große Bereitschaft da ist. Da sagt ja eine oder andere, das könnte auch kippen, dass sozusagen das sehr viel kritischer irgendwann gesehen wird. Das ist eben auch eine Frage der Menge der Zuwanderer ist, der Flüchtlinge ist, muss man ja sagen. Was kann die Stadt tun, dass das Soziale und das Miteinander in der Stadt weiter im Gleichgewicht bleibt? Also erstmal muss man dafür sorgen, dass das soziale Klima generell in der Stadt gut ist. Also nicht nur im Flüchtlingsbereich, sondern für alle Münchnerinnen und Münchner. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit keiner den Eindruck hat, er wird sozusagen benachteiligt jetzt gegenüber den Menschen, die zu uns kommen. Das ist ja immer so ein bisschen der Punkt, der da kritisch ist oder eine Rolle spielt. Natürlich ist diese Thematik dezentrale Unterbringung für uns ganz wichtig. Der Stadtrat hat vor kurzem beschlossen, maximal 200 Flüchtlinge, also Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen. Die Verwaltung wird auch versuchen, das umzusetzen. Dann brauchen wir natürlich mehr Standorte, das ist auch klar. Wir müssen bis Ende des Jahres ungefähr 5000 Flüchtlinge in der Stadt unterbringen, das ist auch klar. Wir haben schon ziemlich viele Standorte beschlossen und was für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich das Thema Betreuung in den Unterkünften. Und da glaube ich, besteht noch ein bisschen Handlungsbedarf, um es mal so auszudrücken, weil wir immer darum bitten, dass der Freistaat auch die Asylsozialberatung nicht als freiwillige Leistung sieht, sondern eigentlich als Pflichtaufgabe und zum Beispiel die Verbände, die das leisten, wie die Caritas auch entsprechend finanziell unterstützt. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Betreuung einfach auch da ist. Das ist nicht nur für die Flüchtlinge wichtig, sondern auch für die gesamte Nachbarschaft, für das Umfeld, für die Stadt. Und das gilt ja nicht nur für München, sondern natürlich für alle Kommunen in Bayern, die Flüchtlinge aufnehmen. Da tun uns wir als große Stadt vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen leichter. Aber ich denke, in der Fläche muss der Freistaat da einfach noch vielleicht ein bisschen noch mehr an Personal und Betreuung zuschauen. Wie viel Budget konnten Sie denn bei Herrn Söder für das, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zurollt, freimachen? Denn das sind ja Kosten, die Sie wahrscheinlich gar nicht eingerechnet haben. Ich darf Ihnen sagen, dass wir für Asyl nahezu eine Milliarde Euro im Doppelhaushalt haben. Das ist ein riesiger Betrag. Über welche Zeit dauert? Zwei Jahre. Das ist ein riesiger Betrag. Alleine für die Asylsozialberatung haben wir vorgesehen für das nächste Jahr 9,3 Millionen Euro. Und wir haben eine Betreuungsquote festgelegt in den Erstaufnahmeeinrichtungen von 1 zu 100. Und wir finanzieren auch die Asylsozialarbeit. Und wir wollen auch, dass die Flüchtlinge dort Orientierung bekommen und dass sie zunächst einmal auch Unterstützung bekommen, wenn sie bei uns hier ankommen, damit sie sich zurechtfinden können, auch in ihrem Umfeld. Und das Gleiche gilt natürlich auch für einen Sprachkurs. Das Gleiche gilt auch da, wenn es um Kinder geht, dass man ihnen behilflich ist. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ich darf, vielleicht darf ich noch sagen, ich sehe auch sehr viel Solidarität in der Bevölkerung, aber auch bei Hilfsorganisationen. Und Asylsozialarbeit und Ehrenamtliche zum Beispiel miteinander zu vernetzen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, auch in der Fläche, in Gesamtbayern. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wir haben in Bayern 49.000 Asylbewerber jetzt mittlerweile untergebracht in festen Unterkünften, dann ist das schon eine gewaltige Leistung. Und die Asylbewerber müssen betreut werden. Die Asylbewerber müssen auch ihr Taschengeld bekommen jeden Monat. Und sie brauchen ganz einfach Orientierung. Wer ist denn da jetzt in der Staatskanzlei federführend, was das Thema anbelangt? Ist das der Herr Seehofer, der Herr Huber? Sind Sie das? Wie würden Sie das nach draußen kommunizieren? Das Sozialministerium ist verantwortlich für den Aufgabenbereich Asyl. Und das machen wir mit großem Verantwortungsbewusstsein. Und ich darf Ihnen sagen, wir sind alle unterwegs. Wir sind hier gut aufgestellt. Wir haben eine ganz kleine Abteilung auch für Asyl mit mehreren Referaten. Die einen kümmern sich um die Plätze in Dezentral zum Beispiel. Asyl-Sozialberatung, Sprachkurse, unbegleitete Minderjährige. Ein ganz wesentlicher Punkt bei uns auch in unserer Arbeit. Und wer gibt die große Linie vor? Die große Linie geben wir natürlich als Staatsregierung vor. Wir beschließen auch die Zielsetzung und die klare Struktur zunächst einmal im Kabinett. Und wir selber im Sozialministerium. Wir sind dafür zuständig, das Ganze auch umzusetzen. Neu die Weichen zu stellen, wenn irgendwo was nicht passt. Und das machen wir wirklich mit großem Engagement. Die Stadt musste ja auch erst mal lernen, wo man überhaupt Menschen unterbringen kann. Also es wurde ja da so von Zelten auch gesprochen und es wurde sogar von Oktoberfest-Zelten gesprochen. Da ist Ihre Lernkurve auch steil nach oben gegangen. Also man muss schon ein bisschen unterscheiden. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind eigentlich Sache der Regierung von Oberbayern und nicht der Stadt München. Wir stellen Flächen zur Verfügung, auch entsprechende Einrichtungen. Wir wären auch froh, wenn der Freistaat, sprich die Immobilien Bayern, gelegentlich mehr Grundstücke, mehr Orte zur Verfügung stellen würde. Das meiste ist städtisch, was da momentan zur Verfügung steht. Und natürlich, wenn der Andrang so groß ist, haben wir natürlich auch Hilfestellung geleistet, haben eben Orte zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel das Olympiastadion, was natürlich der Ehrengasbereich, was natürlich keine optimale Unterbringung ist. Aber so wie die Zustände in der Bayern-Kaserne waren, konnte man das einfach nicht lassen. Der Kreisjugendring zum Beispiel hat ganz schnell das Kapuzinerhölzl zur Verfügung gestellt, wobei wir wussten, dass zeitlich begrenzt, weil wenn es kalt wird, geht da einfach nichts mehr. Also das war schon, würde ich mal sagen, von der städtischen Verwaltung eine große Kraftanstrengung, auch von vielen Ehrenamtlichen, das muss man dazu sagen. Gott sei Dank, es gab großen ehrenamtlichen Einsatz in dieser Stadt. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu 92, 93, als ja auch die Zahlen am höchsten waren in den letzten Jahren, dass hier eine enorme Hilfsbereitschaft einfach da ist und dass es viele Organisationen gibt, die sich auch mit der Thematik beschäftigen, der Flüchtlingsrat und, 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 also eine ganze Reihe von Institutionen. Und ich glaube, ohne dieses große ehrenamtliche Engagement und ohne diese Bereitschaft auch schnell einzuspringen von Trägern, von Projekten, hätte das nicht so geklappt, wie es dann doch letztendlich geklappt hat. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr in der Situation kommen. Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht dick genug unterstreichen, dass das eben da viele helfen. Frau Müller, Ihnen wird von der Stadt der Vorwurf gemacht, dass Sie auf Grundstücken sitzen hier in München, die Sie einfach nicht freigeben für Flüchtlinge. Was, was antworten Sie der Stadt? Warum tun Sie das nicht? Also wir geben selbstverständlich Grundstücke frei, so ist das nicht. Genauso wie die Stadt das macht. Die McGraw-Kaserne zum Beispiel, da wird jetzt auch eine Einrichtung errichtet mit 300 Plätzen. Daneben ist ein städtisches Grundstück, da macht die Stadt ebenfalls eine Einrichtung. Ich kann nur sagen, es geht nur Hand in Hand. Und wir kümmern uns drum und wir machen hier sehr viel. Wir haben aber nicht nur die Stadt München im Blick, sondern wir haben Gesamtbayern im Blick. Und wir wissen, dass wir die Flüchtlinge auch dezentral verteilen müssen. Wohl wissend, dass ein großer Teil hier erst einmal in München ankommt. Weil München auch an zwei Hauptfluchtrouten liegt, nämlich die Fluchtroute von Italien über Österreich hierher und auch die Balkanroute, Südosteuropa-Route, die ebenfalls, wo die meisten auch in München landen, am Hauptbahnhof natürlich. Und darum braucht es zunächst aus meiner Sicht eine Ankunftshalle oder meinetwegen eine Drehscheibe in der Zukunft, von wo aus wir Asylbewerber ziemlich schnell nach der ersten Registrierung auch weiter verteilen können in andere Bundesländer. Und das ist unsere Zielsetzung. Und ich möchte, dass wir nur noch kleinere Einheiten haben und nicht mehr derart große Einheiten, wie das in der Bayernkaserne der Fall war. Auch wenn die Bayernkaserne ein großes Areal ist, mit sehr vielen Gebäuden da drin, da muss man sagen, man muss sich da begrenzen. Und das ist unsere Zielsetzung. Und darum eben in jedem Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung. Also was klagen Sie da, Frau Strobel? Ich sage nur, Fürstenriederstraße, das ist ein staatliches Grundstück, das wir gerne hätten für drei Jahre, damit wir dort eben entsprechende Unterkünfte erstellen können. Also mobile Raumeinheiten, wie das so schön heißt. Und am Montag gestern haben wir wieder ein Nein bekommen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt noch im Laufe der Tage. Und die meisten dieser Dependancen, die die Erstaufnahmeeinrichtung Bayernkaserne hat, liegen auf städtischem Grund bzw. sind privat. Und wir haben genau zwei staatliche momentan Punkte. Und wir hätten da gern mehr. Jetzt ist noch ein Dritter im Gespräch. Aber ich denke, da könnte man vielleicht, ich weiß, dass die Immobilienverwaltung, das ist ja bei uns auch manchmal nicht so ganz einfach, da gelegentlich andere Ansichten hat. Aber wir würden schon darauf drängen. Bei der McGraw-Kaserne ist es letztendlich mit viel Druck gelungen, dass hier einfach mehr zur Verfügung gestellt wird. Der Freistaat hat ja auch doch einige Immobilien in der Stadt. Und es wäre schön, um eben die Probleme gemeinsam zu lösen, wenn wir auch das Thema gemeinsam angehen könnten, weiter, also in Zukunft gerichtet. Gemeinsam ist das nicht wert, finde ich. Weil ich bin schon der Überzeugung, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass alle zusammenarbeiten müssen. Das ist zum einen der Staat, das sind die Regierungen, das sind natürlich auch die Städte, die Gemeinden, die Landkreise. Alle müssen im Boot sein, damit wir diese Herausforderung schultern können. Und wir wissen gar nicht, wie sich alles im nächsten Jahr entwickelt. Und darum danke ich auch zum Beispiel den Kirchen, die hier sehr engagiert sind, der Caritas und der Diakonie zum Beispiel, die 90 Prozent der Asylsozialberatung machen. Das ist eine hervorragende Aufgabe, die sie machen. Und da gibt es auch natürlich die AWO. Es gibt das Rote Kreuz noch und Helpsorganisationen wie Malteser. Das glaube ich, alle gemeinsam damit genannt haben. Und ich würde gerne nochmal auf dieses Karussell zurückkommen, von dem Sie gerade gesprochen haben. Also wenn die Flüchtlinge kommen, dass sie dann registriert werden und verteilt werden in ganz Bayern. Oder in andere Bundesländer. Oder auch in andere Bundesländer. Wer macht denn das im Moment? Also das ist doch im Moment eine private Firma, die das macht. Nein, das macht im Moment, machen das Mitarbeiter der Regierung in der Bayernkaserne. Es ist aber nicht überall gleich. Da gibt es auch private Firmen, die das machen. Es gibt auch private Unternehmen, aber die machen derzeit nicht die Registrierung. Was machen die? Die privaten Unternehmen, die machen den Betrieb. Die machen das Catering zum Beispiel und die sorgen dafür, dass die Betten vorhanden sind. Wer bezahlt die? Fachdienst. Das bezahlt alles der Freistaat Bayern. Aber das scheint etwas verzögert zu sein im Moment. Kann das sein, dass die im Moment nicht die Gelder kriegen, die sie eigentlich erwarten? Also wir sind da sehr bemüht, dass das zeitgerecht auch finanziert wird. Wenn es da irgendwo einen Überhang gibt, dann beseitigen wir das. Und wenn wir das wissen, dann organisieren wir das auch richtig ordentlich zeitnah. Okay. Also was die Bevölkerung... Ich würde gerne im zweiten Teil der Sendung einfach nochmal solche Fragen diskutieren, die sie auch in ihrem Hearing diskutiert haben. Also auch so eine blöde Frage wie, warum haben die Handys? Wir können das wirklich gleich als blöde Frage. Aber den einen oder anderen interessiert es einfach und deshalb sollte man auch diese Frage gut beantworten. Und das werden wir tun, wenn wir gleich zurückkommen. Ja, ich unterhalte mich mit der bayerischen Sozialministerin Emilie Müller und der Bürgermeisterin von München Christine Strobl über das Flüchtlingsthema. Und der Ministerpräsident hat gesagt, wir befinden uns im Zeitalter, wie was wir auch alle wissen, von Ebola und Terrorgefahr. Inwieweit wird das denn eigentlich von Ihnen bei der Aufnahme berücksichtigt? Was gibt es da für Vorkehrungen? Wie kann man die Bevölkerung beruhigen, dass da nicht irgendwas reinrutscht, was wir alle gar nicht so gerne hätten? Also ganz zu Beginn, wenn ein Asylbewerber ankommt in der Aufnahmeeinrichtung, dann gibt es ein medizinisches Screening. Und wir schauen auch ganz genau, aus welchem Land Afrikas kommt der denn? Wenn jemand aus Sierra Leone kommt zum Beispiel, schauen wir ganz genau hin. Hat jemand Fieber? Hat jemand den Anschein? Sagt der Ihnen das? Die Nationalitäten werden auf jeden Fall sofort angegeben, ansonsten funktioniert es ein Asylbewerberverfahren gar nicht. Aber kommt die mit dem Pass? Wenn Sie mit dem Pass kommen, ist es besser. Aber die meisten kommen doch gar nichts. Dann müssen Sie die Nationalität angeben. Und ich meine, wir schauen dann ganz genau hin, wenn wir wissen, dass jemand aus Afrika kommt und aus Westafrika kommt. Und das Screening ist aus unserer Sicht auch ein ganz wichtiges Instrument, um gleich einen Überblick zu bekommen, was die Leute alles für Krankheiten mitbringen. Und dann kommt erst die medizinische Untersuchung nach dem Paragraf 62 Asylbewerberleistungsverfahren. Wer ist denn eigentlich für diese Sicherheitsdienste verantwortlich? Wer sucht die aus, die das da bewachen? Also Sicherheitsdienst wird auch von der Regierung organisiert. Aber die Sicherheitsdienste, jeder Wachmann muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Und das prüfen wir und daten wir ab mit dem Verfassungsschutz. Und wer überwacht die Bewacher? Also, dass die auch, denn da soll es Dritte gegeben haben, da soll es schon die eine oder andere Auseinandersetzung gegeben haben in der Bayernkaserne. Also die Mitarbeiter der Regierung sind dort auch und achten drauf. Wir wollen nicht, dass es tätliche Übergriffe gibt, Übergriffe gibt auf Asylbewerber. Wir wollen aber auch nicht, dass es verbale Übergriffe gibt. Und da achten wir tunlichst drauf. Wir wollen keine Situationen haben, die da eskalieren. Und da sind wir auch sehr streng. Frau Strobl, im Stadtrat haben die Grünen sich zu Wort gemeldet. Das haben sie auch heute mitgekriegt wahrscheinlich. Und die fordern, dass also zum Beispiel Männlein und Weiblein klarer getrennt werden in der Unterbringung. Und dass die Einrichtung eine angemessene Betreuung und Gesundheitsversorgung, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien untergebracht werden. Das sind Forderungen, die gestellt werden, mit denen sie sich beschäftigen müssen. In welche Richtung werden sie versuchen, den Stadtrat zu lenken? Also ich denke, was die medizinische Versorgung anbelangt, hat sich einiges verbessert. Auf unser Drängen ist ja auch dieser Medipoint jetzt eingerichtet worden, wo tatsächlich auch eine medizinische Versorgung vor Ort ist. Zeitweilig hat unsere Berufsfeuerwehr ausgeholfen mit dem Rettungsnotdienst. Aber da hat sich viel getan jetzt. Wir werden natürlich das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge uns auch nochmal deutlicher vor Augen führen müssen, weil wir da momentan die Hauptlast in Bayern tragen. Weil normalerweise, wo die zuerst anlanden, müssen sie in Obhut genommen werden. Und natürlich könnte man sich da auch viele Unterbringungsformen noch vorstellen. Momentan sind die ja teilweise im Übergangswohnen, in entsprechenden Jugendhilfeeinrichtungen. Wenn, ich denke, man muss schauen, wenn sich Pflegefamilien finden, da muss man aber auch ganz genau hinschauen, dann wäre das natürlich auch noch eine Möglichkeit. Diese Trennung Männer-Frauen, ich denke, die ist oder soll gewährleistet sein, was den Sanitärbereich anbelangt und so weiter. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass man tatsächlich für Frauen, also gerade für alleinreisende Frauen, aber auch für alleinreisende Frauen mit Kindern tatsächlich überlegt, ob man nicht eine Erstaufnahme-Dependence tatsächlich nur für Frauen dann zur Verfügung stellt. Ja, es gibt aber auch viele Familien, klar, die will man ja auch nicht trennen, aber dass man wirklich überlegt, ob man nicht eine Einrichtung tatsächlich für Frauen speziell macht, weil es doch etliche gibt, die da sehr schwierige und traumatische Erlebnisse hatten. Und sowas wäre eigentlich durchaus denkbar aus meiner Sicht. Ich stelle mal eine zynische Frage, die auch hin und wieder zu hören ist in der Stadt. Dass es den Flüchtlingen hier in Deutschland, auch in München, zu einfach gemacht wird, dass es ihnen hier zu gut geht im Vergleich zu anderen Ländern. Und man das deshalb etwas zurückfahren sollte, das ganze Programm, weil sich sonst auf der Welt rumspricht, hier in Deutschland ist es am schönsten, am einfachsten unterzukommen. Was antworten Sie solchen Leuten, die solche Gedankengänge haben? Also zunächst muss man schon in aller Deutlichkeit sagen, dass Deutschland das Hauptzielland Nummer eins ist, der Asylbewerber. Und die Bedingungen bei uns sind auch wirklich bemerkenswert. Wir setzen ja hier das Urteil des Bundesverfassungsgerichts um, das uns dazu verpflichtet, dass Asylbewerber 140 Euro Taschengeld bekommen, 140 Euro für Essen bekommen, wenn sie dezentral untergebracht sind, dass sie Bekleidung bekommen und dass sie die Unterkünfte bezahlt bekommen. Die Situation gibt es zum Beispiel in Österreich nicht. Die Situation gibt es auch in Italien nicht. Was heißt das in der Konsequenz? In der Konsequenz heißt, dass wir Zielland Nummer eins sind. Wir wollen aber die Leute hier human unterbringen. Und Humanität ist die erste Voraussetzung, die wir ganz einfach in den Vordergrund stellen. Wir wissen aber auch, dass es natürlich Verpflichtungen gibt. Denen kommen wir nach. Aber wir wollen auch die Situation der Asylbewerber hier verändern. Dass sie schneller am Arbeitsmarkt integriert werden können. Das ist auch die Voraussetzung jetzt des neuen Gesetzes, das es gibt, dass Asylbewerber nach drei Monaten arbeiten können. Und ich bin der Auffassung, das ist ganz wichtig, zum einen für das Selbstverständnis des Asylbewerbers, aber zum anderen auch, dass unsere Sozialkassen damit entlastet sind. Gleichzeitig muss man sagen, wir bieten denen Schutz und Unterkunft, die es brauchen. Wir setzen aber auch auf eine konsequente Rückführung all derer, die hier kein Bleiberecht haben. Das ist dringend erforderlich. Und da wollen wir auch die Balance halten in der Bevölkerung. Wie reagieren Sie auf solche Aussagen, dass es den Flüchtlingen hier zu gut geht und dass man das zurückfahren sollte, um das Boot nicht zu überfüllen? Also ich weiß nicht, wo man noch was zurückfahren sollte. Die Asylbewerber bekommen 140 Euro tatsächlich Bargeld. Der Rest wird in Sachleistungen sozusagen ausbezahlt, in Anführungszeichen. Zustehen tun ihnen 362 Euro im Monat. Wie gesagt, 140 Euro sind Bargeld. Der Rest wird in Sachleistungen zur Verfügung gestellt. Also Essen, dann natürlich Bekleidung, viel auch was gespendet wird. Wir haben da in der Bayernkaserne auch eine eigene Kleiderkammer zu diesem Zweck. Und es ist ja natürlich so, dass die meisten auch sehr froh und dankbar sind, wenn sie hier sind. Keiner geht doch gerne aus seinem Heimatland weg. Die Leute erhoffen sich, die Menschen, die zu uns kommen, einfach ein besseres Leben für sich, aber auch für ihre Familien, für ihre Kinder. Weil die aus Ländern kommen, in denen Zustände herrschen, die wir uns nicht mal im Traum wahrscheinlich vorstellen können. Und die nehmen teilweise auch in Kauf, dass sie ihr Leben riskieren, um hierher zu kommen. Und die sind froh, wenn sie hier sind. Aber ich glaube nicht, dass wir es ihnen jetzt sehr, sehr schön machen. Also so wie das gelegentlich dargestellt wird. Das ist jetzt hier das Schlaraffenland für alle, die zu uns kommen. Weil so schön sind die Umstände jetzt auch nicht. Ja, ich bin auch der Meinung, dass die Menschen wesentlich schneller auch zum Beispiel in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Wir haben einen immensen Fachkräftemangel, zum Beispiel in einer Stadt wie München. Man muss sich auch überlegen, wie man mit den Kindern und Jugendlichen umgeht. Also möglichst schnell in die Bildungseinrichtungen natürlich zu versuchen, dass die dort auch eine Perspektive entwickeln können. Weil viele bleiben hier. 30 Prozent haben wir zurzeit Anerkennungsquote bei den Asylbewerbern. Also zumindest war das jetzt im zweiten Quartal dieses Jahr so. Viele haben eine Duldung dann über einen längeren Zeitraum. Also damit muss man sich einfach auch auseinandersetzen. Ab wann wären Sie dafür, dass Kinder zum Beispiel in die Kindergärten dürfen und auch in die Schulen? Das dürfen sie sowieso, weil wir diese, es gibt eine Dreimonatsfrist, wo, wenn die rum ist, dann müssen die Kinder ganz normal beschult werden. Zuerst kommen sie in Übergangsklassen, weil man ja auch nicht weiß, wie sind die Deutschkenntnisse. Man braucht erst mal die Deutschkenntnisse und dann versucht man so schnell wie möglich sie zum Beispiel in die Regelklassen überzuführen. Wir haben in München jetzt über 90 dieser Übergangsklassen und... In der Grundschule? Ne, insgesamt. Also in der Grundschule sind es etwas weniger. Der Kultusminister hat 350 Übergangsklassen insgesamt geschaffen in Bayern. Davon 150 bei den Berufsschulen, das muss man sagen. Der Rest für die Mittelschulen und die Asylbewerberkinder gehen auch in den Kindergarten. Das wird auch mit finanziert, ganz normal und das ist auch der richtige Ansatz. Diese traumatisierten Kinder, also man muss ja wirklich wissen, dass da Kinder kommen, die gesehen haben, dass eine Bombe ihre Mutter, Vater zerfetzt hat und die konnten dann flüchten und landen dann hier bei uns. Sie reden von den unbegleiteten Männern. Von den unbegleiteten Kindern, genau. Wie fängt man die auf? Was gibt's da? Also zunächst ist es ja so, dass viele aufgegriffen werden, auch von der Bundespolizei, wenn sie hier ankommen, mit dem Zug aus Italien über Österreich. Oft auch in Rosenheim. Und darum gibt's nicht nur die Stadt München, die jetzt hier einen absoluten Zustrom hat, sondern Rosenheim und auch Passau. Und München natürlich. Die drei Städte sind besonders betroffen. Und da ist es so, dass sie die jungen Leute bekommen zunächst ein Clearing, wo die Nationalität festgestellt wird, wo sie auch medizinisch untersucht werden und wo die Hilfebedürftigkeit festgestellt wird. Und das sind sogenannte Obhutnahmeeinrichtungen. Und im Anschluss daran gehen sie in Folgemaßnahmen der Jugendhilfe. Und sie werden betreut nach den Maßgaben der Jugendhilfe. Und ich bin da sehr dankbar. Zum einen der Kirche, zum anderen aber auch vielen Trägern, die die jungen Leute im Deutschen unterrichten, aber dann in die Übergangsklassen gehen. Dom Bosco ist zum Beispiel ein Vorzeigebeispiel. Aber auch in der Stadt München gibt's vieles, was vorzeigefürdig ist. Sie mussten tatsächlich die Handyfrage beantworten, Frau Stobel. Also warum haben Flüchtlinge Handys und telefonieren damit? Wie konnten Sie das, ohne sich die Zornesröte ins Gesicht treiben zu lassen, beantworten? Also ich, das ist eine ganz normale Frage, sage ich jetzt mal. Also wir sind dazu da von der Politik, dass wir die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten. Viele haben schon teilweise Handys, weil die das während der Flucht auch benötigen, um Kontakte zu halten und und und. Das ist halt jetzt die Kommunikationsform. Früher hat man anders kommuniziert, ja. Jetzt hat jeder eigentlich ein Handy. Und es kommen halt diese Fragen, die Leute... Es kostet ja nichts. Es kostet Cent pro Minute ins Ausland anzurufen. Also es ist mittlerweile ziemlich günstig geworden. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Und natürlich versuchen viele, die einen Teil der Familie in den Ländern zurücklassen, zurücklassen müssen, Kontakt weiterhin zu halten. Und wenn man das jetzt auch kritisiert, das ist natürlich... Das würde jeder von uns auch tun. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und noch zu den traumatisierten jüngeren Menschen, die zu uns kommen. Wir haben viele Einrichtungen, zum Beispiel Refugio möchte ich hier nennen, die sich hier auch sehr stark kümmern. Die sich auch kümmern. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen alle zusammenstehen in dieser Frage. Es ist wichtig, dass die Politik da ein gutes Vorbild liefert, an dem die Bevölkerung sieht. Die Politik arbeitet zusammen und die ganzen Hilfsorganisationen arbeiten zusammen. Und dann muss dieses Problem geschultert werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Einblick in Ihre Arbeit gewährt haben. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Programm bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. München sehen und erleben. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe. Mittwoche und Ähnliches sehen und daneben! Untertitelung des ZDF, 2020